Hallo alle zusammen. Hallo liebes Publikum. Ihr seid tatsächlich da. Ihr da hinten seid auch da, aber euch sehe ich live im Raum. Das habe ich echt schon lange nicht mehr gehabt. Ihr da hinten habt das mit Sicherheit den ganzen Tag schon gehört. Ihr vielleicht auch. Ich glaube, dass diese hybriden Events tatsächlich etwas ist, wo sich ganz viele Speaker drauf gefreut haben, dass es endlich wieder losgeht. Gebt mir bitte live Feedback. Ihr könnt es ganz klassisch machen, Hand hochheben, dann sehe ich es. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das Handheben im Meeting zu sehen, aber ich versuche öfter mal drauf zu schauen. Ihr seid hier in der Session, wo es darum geht, dass wir über Troubleshooting Microsoft Teams reden. Ich habe gedacht, als allererstes machen wir zweieinhalb Minuten Einleitung. Danach sage ich, ihr löscht einfach den Cache vom Client und das Thema ist gegessen. Die Session ist durch. Das wird nicht der Fall sein. Wir werden uns ein paar Sachen anschauen, wo man tatsächlich richtig gut troubleshooten kann, wo man es auch vielleicht eher nicht so gut kann. Und wir werden dann ein bisschen Einblick darüber bekommen, was es tatsächlich auch an Onboard Mitteln gibt, um Microsoft Teams Themen zu troubleshooten. Ich hoffe, ihr hattet schon die Möglichkeit für alle die, die hier sind, an die Sponsorenstände zu gehen. Holt euch ein paar Informationen dazu, was die jeweiligen Firmen machen. Wir haben Spezialisten heute Morgen schon ihre ersten Sessions vorgestellt. Geht gerne hin, sprecht mit den Leuten und holt euch einen Einblick dazu, was an tollen Tools uns hier mit als Unterstützung für das Event auch mit dabei ist. Ihr, die da hinten irgendwo in der Kamera versteckt seid oder im Meeting, macht das Gleiche, geht auf die Webseite, informiert euch über die Produkte. Wir sind hier im Raum, damit ihr wisst, wer ich bin. Ihr könnt mich mit Michael ansprechen. Ich bin einer der Gründer von einer Firma, die sich rund um Microsoft Teams, Change Management, User Adoption kümmert und die das Ganze auch miteinander kombiniert. Ich komme aus der Nähe von München, bin auf Twitter und LinkedIn primär unterwegs und ansonsten mache ich eine Teams User Group, bin einer der Leads für die Teams User Group in Deutschland, aktuell für München und Hamburg, weil wir noch virtuell in Hamburg sind. Das wird sich jetzt wieder ändern. Wir werden auch auf Hybrid Events gehen, deswegen ist das jetzt richtig schön, auch ein bisschen vom Setup abzugucken. Und mache nebenbei noch ein Change und Adoption Forum, auch in München. Klar, Pandemie getrieben, virtuell. Wir werden auch da wieder als Hybrid starten. Last but not least gibt es alle zwei Wochen einen Livestream, Podcast, Video, wo ich zusammen mit einem anderen MVP-Kollegen, dem Torsten Pickern, über Microsoft 365-Themen spreche. Wer will, kann das alles im Nachgang mal bitte googlen oder Bing oder was auch immer. Was erwartet euch hier in der heutigen Session? Wir werden uns anschauen, warum Troubleshooting für Teams grundsätzlich eine Herausforderung ist. Das werdet ihr schon gehört haben. Das Einfachste ist, ich lösche den Cache, dann ist alles super. Ja, das ist ein Client-Thema, das hilft tatsächlich ganz oft, aber es wird nicht das Einzige sein. Wir werden trotzdem darüber reden, was die Herausforderungen dabei sind. Wir schauen uns dann an, was wir an unterschiedlichen Wegen haben, um das Debugging zu starten, die Analyse zu starten und schauen uns das aus zwei unterschiedlichen Perspektiven an. Was kann ich kleinzeitig machen und was kann ich denn überhaupt auch in meiner Teams-Plattform selbst machen? Und last but not least noch ein paar Kleinigkeiten, die helfen zu verstehen, wenn man an bestimmte Troubleshooting-Szenarien rangeht, was es für Knackpunkte dabei gibt. Herausforderungen. Das Einfachste und Offensichtlichste ist, glaube ich, dass wir davon sprechen, dass Teams eine Cloud-Anwendung ist. Das macht es ein bisschen schwierig, weil wir nicht direkt auf die Server zugreifen können. Ihr habt gelesen, ich mache so ein paar Jahre schon dieses UC-Thema. Da war es immer einfach, einfach mal so ein bisschen Logging zu starten und Go. Dann gab es noch ein paar schöne Tools, die haben geholfen, das alles zu troubleshooten. Das geht nicht so einfach. Und selbst wenn wir irgendwie das hinkriegen würden, kommen wir nicht auf die Server. Bei welcher Server ist denn das? Wir reden inzwischen von ein paar hundert Millionen User, die auf Teams pro Monat zugreifen. Wir werden nicht von drei Servern reden. Eher von ein paar Nullen hintendran. Also auch selbst wenn wir das könnten, wüssten wir nicht, an welcher Stelle wir da zugreifen müssen. Und genau das macht uns auch noch der Client total schwierig. Der macht nämlich erstmal ganz viel. Der fängt an, wir verbinden uns dahin. Und damit es schneller geht, machen wir noch fünf andere Checks und gucken bei diesen fünf Checks, welcher Endpunkt, welcher Connection Point ist denn für mich gerade der schnellste? Wer reagiert denn am schnellsten auf mich? Wer redet denn am schnellsten mit mir und am stabilsten vor allen Dingen? Und genau solche Handicaps machen es uns schwierig. Und last but not least haben wir noch etwas, weil es eine Cloud-Anwendung ist, was gut für die Cloud-Anwendung ist, aber schlecht für so ein klassisches Troubleshooting. Es ist eine Applikation, die die REST API anspricht, also auch noch HTTP ganz viel verwendet. Wir haben, das hatte ich eben gerade schon mal angeschnitten, kein klassisches Debugging-Tool. Das werdet ihr auch in dieser Session lernen. Falls ihr es nicht schon festgestellt habt, es gibt nicht diesen einen Weg. Es gibt nicht nur diesen einen Schritt, den ihr machen könnt und dann habt ihr alles. Außer eben Cashlöschen, das ist ganz oft eine Lösung. Wir werden uns verschiedene Sachen anschauen, beziehungsweise werde ich ein paar Sachen diskutieren, weil ich bei dem Thema Client-Debugging zwar über Fiddler und Wireshark sprechen möchte, euch aber ehrlicherweise da nur bedingt Sachen zeigen kann und das empfehlen kann. Und ich erkläre euch gerne auch, warum. Wir haben, wenn wir von Fiddler sprechen, und da hätte ich gerne mal Feedback, wer von euch kennt Fiddler? Eine Hand, zwei Hände, drei, okay. Fiddler ist ein kleines Programm, was wunderbar dazu da ist, um Internet-Traffic aufzusammeln, zu analysieren und reinzuschauen, was da an Kommunikation passiert. Um das machen zu können, schmeiße ich Fiddler einfach auf meinen Client und gucke mir an, was passiert. Jetzt gibt es sowas seit ein paar Jahren, das ist total im Trend. Das ist nämlich Verschlüsselung. Und die macht es ein bisschen schwierig, in den Traffic reinzugucken. Verständlicherweise. Dafür ist er da. Damit die das können über Fiddler, fungiert Fiddler dann als Proxy mit einem eigenen Zertifikat. Das funktioniert auch spitze, wenn man einfach nur im Internet hängt, wenn man in einer Unternehmensstruktur hängt, wo vielleicht noch ein anderer Proxy, andere Sicherheitsmechanismen dazwischen hängen, die auch vielleicht aufgebrochene SSL-Tunnel überprüfen und dann einfach mal sagen, sorry, du kommst hier nicht weiter. Dann wird es ein bisschen problematisch. Ihr könnt das relativ gut lösen, indem ihr dort Zertifikate auch installiert, also eigene Zertifikate und nicht das Eingespielte vom Fiddler selbst. Aber auch dann habt ihr immer noch die Konstellation, ihr geht über ein Proxy und wisst nicht, was hinter diesem Proxy passiert. Also das ist nicht das Ideale. Es gibt euch einen Indiz. Es hilft in bestimmten Situationen. Und gleich ist es wiederum mit Wireshark zu sehen. Ich war aber so kurz davor, Wirecard zu sagen. Das war eine andere Story. Falls mir das passieren sollte, ich rede immer von Wireshark. Ich möchte jetzt nicht irgendwie mit Kreditkarten oder sowas anfangen. Also Wireshark, weil ihr auch da nur einen Teil des Traffics mitbekommt. Ihr bekommt nur einen Ausschnitt und dann auch eigentlich nicht den relevanten Teil. Weil ganz klassisch früher, damals war es möglich, dass man noch den Audio Traffic mitgeschnitten hat und dann reinschauen konnte mit dem passenden Zertifikat, das alles entpacken konnte, sehen konnte, wie die Qualität ist. Wie kam es denn wirklich an? Auf dem Weg? Auf dem Weg? Nur noch halbe Meter. Es gibt ja noch ein paar Hopps dazwischen. Internet. Das ist unbekanntes Gebiet. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Und da sind wir auch bei der Hauptstory heute. Wir reden ganz oft davon, dass wir in bestimmten Szenarien einen bestimmten Angriffsziel haben, also einen bestimmten Weg, wie wir das adressieren können. Und da sind wir zum Beispiel bei den Edge Developer Tools. Da kommen wir gleich mit dazu. Und ja, ich meine tatsächlich den Browser. Wir schauen uns das mal an. Und auf dem Client, ganz neu möchte ich inzwischen nicht mehr sagen, ist schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr da, die Call-Status-Informationen, die ich direkt im Client habe. Auf der Server-Seite, Server-Seite, also auf der Dienstseite, haben wir auch noch ein paar Funktionen. Das Admin Center hilft uns erstaunlicherweise viel inzwischen. Und dann gibt es noch ein Call-Quality-Dashboard und relativ neue Meetings-Live-Monitoring. Wir gehen mal tatsächlich da rein, dass wir uns überlegen, wie sieht denn das echte Leben aus? Und dieses echte Leben sagt mir, jetzt habe ich Fiddler ausgegrenzt. Das ist erstens nichts für einen klassischen Anwender. Wireshark habe ich mal ausgegrenzt mit den Schwierigkeiten, die dazukommen. Und dann bin ich bei ganz einfachen Mechanismen, dass ich sagen kann, der Client gibt mir die Möglichkeit, reinzuschauen. Der Client gibt mir die Möglichkeit zu sagen, wie sieht denn mein aktueller Call aus? Das hat jeder Client. Ihr könnt es unter den erweiterten Optionen, die Ellipse, den drei magischen Punkten, wie auch immer ihr dies nennt, unter den Call Hells aufrufen. Was verbirgt sich darunter? Wir haben ein erstes Indiz darüber, wie mein Netzwerk funktioniert. Und zwar von meinem Client aus. Ich bekomme sowohl eingehend wie ausgehend Informationen darüber, wie gut ist denn mein Netzwerk. Habe ich einen hohen Roundtrip? Habe ich irgendwas, wo ich Packet-Loss habe? Habe ich irgendwas, was speziell vielleicht nur für Screensharing oder für Application-Sharing damit einhergeht? Nur was für Audio, für Video? Das hilft mir, um einen ersten Blick darauf zu bekommen, was macht denn mein Client? Das heißt aber auch, ich habe immer nur diese eine Komponente. Ich habe immer nur den Client, der mir sagt, ich habe jetzt die Verbindung zu meiner Besprechung, zu meinem 1 zu 1 Call und kann dementsprechend da Informationen abgreifen. Ich sehe, welche Protokolle verwendet werden. Ich sehe, was ich an Auflösung mit dabei habe. Es hilft mir tatsächlich, um einen Indiz zu bekommen. Jetzt die Frage, wie viele Anwender glaubt ihr, sind in der Lage, diese Informationen sinnvoll zu verwerten? Genau. Hier gab es gerade die golden richtige Antwort. Null. Ich würde damit leicht widersprechen, weil es gibt so ein paar ITler, die vielleicht nochmal drauf gucken können. Aber generell gesprochen, es hilft relativ wenig. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo jemand bei der Hotline anruft, Third Level, und sagt, hey, mein Teams hat ein Problem. Ich habe ein Packet-Loss von 50 Prozent. Hier ist bestimmt irgendwas kaputt. Sagt er, oh, ich nehme das mal so auf. Und mit Glück kommt genau das auch ins Ticket rein. Mit Pech heißt es, da gab es schon eine Netzwerkanalyse. Der Netzwerk ist kaputt und jetzt muss irgendwas getauscht werden. Das Kabel, die Buchse, der Computer, was auch immer. Also ja, es ist ein Indiz für fachmännische Anwender. Es hilft auch, um vielleicht selbst, wenn man vor Ort ist und die Möglichkeit hat, oder einfach remote, dann drauf zu schauen und zu sagen, okay, wir können das nachstellen. Das liegt an deinem Rechner. Es gibt tatsächlich Informationen darüber. Ich bin mir nicht sicher, warum Microsoft das für alle einfach freigeschalten hat und gesagt hat, das passt zu 100 Prozent. Warum es nicht einfach noch eine Option gibt. Aber da möchte ich nicht Richtung Philosophie gehen. Ja, es hilft ein bisschen. Das nächste Thema ist Edge Browser. Und ich habe das eben gerade schon mal angesprochen. Ja, man kann mit dem Edge Browser troubleshooten. Auch da wieder nicht alles. Aber ein Beispiel kann man wunderbar rausgreifen, indem man nämlich sehen möchte, welche Policies werden gerade angewandt für die Anwender. Und es ist total einfach, weil dadurch, dass es eine Web-Anwendung ist, eine Cloud-Anwendung, passiert natürlich ganz viel auch über HTTP. Und dadurch, dass ich Teams auch im Browser nutzen kann mit fast allen Funktionen, kriege ich genau das am einfachsten raus. Ich kann nämlich einfach über die Developer Tools im Edge Browser, Chrome genauso, könnt ihr einfach nehmen, dann reingehen und sagen, ich hätte jetzt gern mal die Informationen, was dort alles passiert. Ich bekomme dann nämlich tatsächlich in dem Netzwerkbereich Informationen darüber, was an den Client ausgeliefert wird. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Change habt, indem ihr Policies anpasst, indem ihr Settings anpasst, könnt ihr über den Weg erst auf der, ich glaube für euch alle Links, ja doch, bei mir Links müsste bei euch auch Links sein, auf der linken Seite einfach nachlesen. Ihr könnt Browser starten, Developer Tools öffnen, auf teams.microsoft.com gehen, euch anmelden und dann bekommt ihr verschiedene Informationen. Achso, Netzwerk nicht vergessen. Und er lässt sich im Suchenfeld nach einem bestimmten Begriff suchen. Und in dem Fall, wenn es um Policies geht, ist es User Aggregate und dann hört es schon auf. Dann könnt ihr schon aufhören zu tippen. Dann findet er das und man sieht da drin tatsächlich dann auch die Policies. In dem Fall sind es Telefon Policies. Das heißt, ihr seht dann auch, welche Dial Regeln zum Beispiel dort mit umgesetzt sind. Das Gleiche gilt nicht nur für Dial Regeln. Es gibt an der Stelle auch noch andere Policies, die ihr mit einspielt, sei es Client Policies oder andere Settings, die ihr mit rausrollt. Also wenn ihr da ein Change habt, dann könnt ihr das genau darüber nachprüfen und könnt auch sehen auf einem recht einfachen Weg, ob eure Änderungen mit angekommen sind. Hier ist ein Überblick über die Policies. Wie gesagt, ihr habt nochmal die Möglichkeit, relativ viel für euch mit einzustellen oder zu überprüfen an der Stelle. An einem Client war es das mehr oder weniger. Mehr oder weniger, weil es gibt immer noch die Möglichkeit, dass ihr Logfiles zieht, dass ihr lokal Logfiles zieht und die auseinandernehmt. Erwartet aber nicht, dass das einfach wird. Ihr bekommt ein halbes Dutzend oder mehr Logfiles dazu. Ihr müsst wissen, welche Logfile tatsächlich welchen Use Case anspricht und dann habt ihr eine Textdatei, die ihr auseinandernehmen müsst. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das hier total geskippt habe, weil das nichts ist, was euch mal so eben hilft. Ganz im Gegensatz zu solchen Sachen, die das Admin Center mit hergibt. Wer von euch kennt denn die Call History übers Admin Center? Ja, da gehen so dreiviertel die Hände hoch. Wunderbar. Bei euch sehe ich die Hände nicht, aber ich glaube, ihr gebt auch Rückmeldung, hoffe ich. Und ihr seid noch live in dem Stream mit bei. Der Moderator bestätigt das. Sehr gut. Also die Call History ist ja grundsätzlich erstmal da, dass ich einen Überblick bekomme, was für Calls hat ein Anwender gemacht. Ja, und das hilft mir. Nicht auf dem ersten Blick. Ja, wobei es nicht ganz richtig auch auf dem ersten Blick. Denn ich bekomme eine Übersicht schon in dem Dashboard, wie viele gute, schlechte oder eben nicht klassifizierte Calls hat derjenige gemacht. Und wenn das alles in einem runden Kreis angezeigt wird mit überproportional großem Teil rot, dann wisst ihr, da ist was im Argen. Ich habe jetzt einen Call rausgezogen, den habe ich letzte Woche tatsächlich gemacht. Ja, letzte Woche. Und den habe ich analysiert oder zur Analyse mitgenommen. Das war ein Call mit ein paar mehr Personen. Der war gut. Der war für mich super. Der kam auch von allem an. Also Netzwerk war gut. Gerät war gut. Und genau das spiegelt mir mein Report hier wieder. Ich kann mir das anschauen auf den unterschiedlichen Ebenen. Ich kann eine High-Level-Ansicht sehen. Ich kann eine detaillierte Ansicht sehen, wo ich einfach nochmal mehr Informationen bekomme. Die Advanced. Und ich habe noch die Debug-Ansicht, wo ich tatsächlich runtergehen kann und mir die einzelnen kleinen Details mit anschauen kann. Und zwar in der Form, dass ich wirklich verstehen muss, was da passiert, weil es teilweise aussieht wie Steuerzeichen. Es hilft. Und ihr glaubt gar nicht, wie gut das hilft. Ich war bei einem Kunden und wir haben dort Teams eingeführt. Ohne Telefonie, also was ganz harmloses. Und es sah aus, dass wir den Test gemacht haben. Es lief alles super. Wir haben die ersten Rollouts gestartet. Es lief alles super. Wir haben ein paar hundert User umgestellt. Es lief alles super. Und dann kam mal so. Hoppala. Da war ein Call schlecht. Okay. Ja, da war nochmal ein Call schlecht. Okay. Da war nochmal. Und das mehrte sich so langsam, aber sicher. Wir wussten nicht so richtig, warum. Es war ein bisschen Pandemie. Das heißt, es hat es nicht unbedingt leichter gemacht, weil jetzt auf einmal hatten wir dann noch Homeoffice, mobiles Arbeiten. Wir hatten unterschiedliche Endgeräte. Wir hatten als einzige Komponente noch einheitliche PCs beziehungsweise Notebooks. Der Rest war ganz wild verstreut. Und da hat uns diese Übersicht tatsächlich sehr, sehr gut geholfen, weil wir schon mal erste Indikatoren bekommen haben. Und diese Übersicht möchte ich euch zeigen, wenn sowas tatsächlich mal schlecht aussieht. Ein Kollege von mir hatte einen schlechten Call und das sieht eigentlich erstmal sehr auffällig aus. Sagt auch Teams an der Stelle, weil er nämlich sagt, ich habe hier ein Netzwerkproblem. Für alle die, die sich ein bisschen mit den Zahlen auskennen, werden recht schnell sehen, da ist ein relativ hoher Packet Loss. Der ist dann auch für Microsoft deutlich zu hoch. Wir haben eine Klassifizierung. Das macht Microsoft ganz gut in dieser Übersicht. Kriege ich sofort, wenn es am Endgerät liegt, den roten Bobbel dann am Endgerät. Ich bekomme das als ersten Indikator, dass das die weißen Problem hat. Ich bekomme Connectivity, also wenn irgendwie festgestellt wurde, dass die Verbindung relativ schlecht war. Eine Meldung und dann eben auch das Netzwerk an sich. Das geht dann weiter über die Advanced Ansicht, dass ich dann auch nochmal einen Indikator bekomme. Auch da mit einem roten Highlight, welcher Wert tatsächlich schlecht ist. Und ja, bis runter zu den Detailwerten an der Stelle. Und jetzt sollte man glauben, dass das hat mir brutal geholfen in meinem Troubleshooting bei den Kunden. Nee, so gar nicht. Weil, was war in diesen Ansichten zu sehen? Ja, das Netzwerk war schuld. Klar, Standard Aussage für alle, die Microsoft UC machen seit Jahren, Netzwerk ist schuld. Aber so einfach war es nicht, weil wir einen super Wert hatten von dem Rechner raus in die Welt. Und einen ganz schlechten Wert mit sehr hohen Latenzen, sehr hohem Packet Loss von 33 Prozent und mehr runterwärts. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir gucken uns mal das Netzwerk an. Das Netzwerk hat sich gelangweilt. Wir hatten Quality of Service implementiert. Der Provider, der ein Netzwerk noch macht, die ganze Internetverbindung, Firewalls, alles dazu hat gemonitort. Alles war super. Spitzenwerte. Und dann haben wir angefangen nochmal zu schauen, weil dieses Mysterium mal irgendwann kommt was hoch. Das hat nicht aufgehört. Das Mysterium hat sich eher noch fortgesetzt. Und wir haben über Wochen 98 Prozent super Calls gehabt und zwei Prozent waren schlecht. Bis wir irgendwann mal realisiert haben, oh shit, alle Calls, die mit mehr als fünf Leuten im Office passieren. Nicht fünf Leute generell, sondern fünf Leute im Office sind ... ... ... Übersicht wunderbar geholfen, dass ich diese Werte herausfinden konnte und diese Analogie schaffen konnte. Weil in den Detailwerten gibt es IP-Adressen, es gibt den Rechnernamen mit dazu. Dort war dann der Standort mit verhaftet. Und über diese Korrelation habe ich dann die Werte herausbekommen, wo in welcher Kombination tatsächlich das Problem stattfindet. Die Auflösung war an der Stelle, ja, der Provider hat gesagt, es ist alles super. Und es stimmt auch, außer dass nur zwei, drei Leute ein Security-System kannten, was offensichtlich so geheim war, dass keiner in den Calls mit dem Provider das wusste und gesagt hat, okay, ja, da ist ein System, damit hatten wir schon mal ein bisschen Problem mit Cisco. Die haben da auch so was gehabt, das wird nämlich als Attacke definiert und dann wird da einfach Traffic rausgefiltert. Und immer wenn da ein bisschen mehr Traffic auf einmal als unbekannter Traffic drauf aufläuft. Also ein intelligentes Security-System, Intrusion Prevention System, was eigentlich dazu da war, um unbekannten Traffic, der auf einmal dort reinkommt, zu analysieren und dann zu blocken. Und klar, auf einmal kommt Teams Traffic, der vorher nicht da war. Wir hatten einen Rollout über das Internet und der wirkte etwas komisch. Das war tatsächlich am Ende des Netzwerks schuld. Das hat lange gedauert, bis wir das eskaliert haben oder eskaliert bekommen haben, weil natürlich auch immer der Provider gesagt hat, das ist alles super. Wir haben keinen Packet-Loss, wir haben keine Drops, die Firewall ist super. Wie gesagt, ich glaube, das waren zwei Leute, die ganz klammheimlich einfach an Security-Systeme hochgezogen haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Was ist das Ergebnis davon? Grundsätzlich kann ich über dieses Portal meine Informationen bekommen. Ich kann dort einen Einblick bekommen, wie gut oder schlecht ein Call war. Ich habe aber, abgesehen davon, dass ich die einzelnen Geräte runterbrechen kann, das Netzwerk mir anschauen kann, immer noch das Handicap. Ich kriege deswegen nichts Fingerpointing auf eine bestimmte Stelle. Es kann ja auch irgendwas anderes mit dem Netzwerk gewesen sein. Lass es einfach ein Switch sein, der auf der Ebene dann irgendwie ein Problem hat oder irgendetwas mit dem Routing läuft verquer von verschiedenen Standorten. Es hilft aber brutal, um einen Einblick zu bekommen, wie ich anfangen kann zu troubleshooten oder Szenarien zu identifizieren. Und genau in dem Kontext gibt es etwas, wo ihr euch alle bewusst darüber sein solltet, nämlich, dass das Rechenzentrum, der Zugangspunkt, über den ihr da gerade in einem Call seid, in einem Meeting seid, das wird nicht darüber identifiziert, wer den Termin erstellt hat, sondern darüber, wer als erstes in den Termin reinkommt. Skype for Business, da wo der Termin erstellt wurde, da war auch das Meeting gehostet. War relativ einfach rauszufinden. Wenn man irgendwie so global verteilt war, wusste man, auf welchem Pool. Bei Teams ist das anders. Teams sagt, die ganze Infrastruktur weiß von dem Meeting. Der Erste, der reinkommt, ah, du bist ja in Singapur. Klasse. Dann hoste ich das Meeting dort. Ja, alle anderen von Europa laufen dann halt auch Richtung Singapur. Kann einen Einfluss haben. Grundsätzlich reden wir davon, dass Microsoft ein wahnsinnig schnelles Netzwerk hat, dass Microsoft einen guten Zugang hat, viele Peering Points. Ihr wart vielleicht in der Session von Frank heute Morgen, der auch über Netzwerk gesprochen hat. Es gibt brutal viele Möglichkeiten, wie ihr mit eurem Teams-Client schnell zu Microsoft kommt und dann rasend schnell innerhalb von Microsoft unterwegs seid. Trotzdem kann das so ein bisschen bei eurer eigenen Infrastruktur relevant sein. Denn, das ist der letzte Punkt auf dieser Slide, es verwendet DNS für die Anfragen. Das heißt, Teams versucht bestimmte Namen aufzulösen. Und die werden in der weiten, weiten Welt mit unterschiedlichen Servern aufgelöst. Heißt auch im Umkehrschluss, wenn ihr in einer globalen Org arbeitet und ihr habt Anwender, die zum Beispiel in Singapur sitzen, aber ein DNS aus irgendwelchen Gründen in Deutschland ansprechen, dann werden die immer einen europäischen Server bekommen. Das ist für die etwas suboptimal. Das heißt, ihr solltet bei eurer Planung davon nicht nur ausgehen, wie euer Internet-Breakout ist, sondern auch, wie die ganzen DNS-Abfragen laufen. Ihr solltet euch im Klaren darüber sein, wie dieser Client kommuniziert. Er versucht, ins Internet zu brüllen, teams.microsoft.com und bekommt dann verschiedene Endpunkte zurück. Das muss auch erstmal der Client über das richtige Ziel bekommen, denn ja, irgendwann haben wir physikalische Grenzen. Wenn wir von Australien sprechen, dann haben wir mal soeben physikalische Grenzen, die uns schnell in den Bereich von 180, 200, 250 Millisekunden bringen. Alleine eine Roundtrip. Und da läuft noch alles super. Also es gibt ein paar Handicaps, die sind, ja, dann zu berücksichtigen, gerade wenn ihr irgendwie globale Infrastruktur vor euch habt. Den mittleren Punkt hatte ich vorhin schon mit angesprochen, dass er an verschiedene Clients sich verbindet. Und ansonsten, ich müsste noch ganz kurz einen Call starten, damit wir noch gleich das Live-Monitoring uns anschauen können, möchte ich mit euch noch über User-Adoption und Call-Quality-Dashboard reden. Das Call-Quality-Dashboard ist etwas, was ihr vielleicht, wenn ihr mit Microsoft Teams, den Vorläufern von Microsoft Teams schon mal zu tun hattet, schon kennt. Das Call-Quality-Dashboard ist etwas, mit dem ihr eine Übersicht bekommt, wie gut oder schlecht bestimmte Calls gelaufen sind. Die Calls... Ja, die Calls laufen soweit ohne Probleme. Ihr kriegt kein Live-Report. Es ist eher so, dass der Client ganz klassisch am Ende eines Gesprächs Informationen schickt und sagt, hey, es lief so und so. Das ist genau das Gleiche, was auch in euren Reports im Admin-Center landet. Heißt, wenn ihr Clients habt, die nicht sauber reporten können, Citrix ist da zum Beispiel etwas, was nicht so ganz sauber reportet, was das für Infrastruktur ist. Aber auch wenn der Client irgendwie wegbricht, weil das Internet auf einmal wegraucht, weil ihr Wasser über den Client schüttet, was auch immer passiert, dann kriegt ihr nicht die Informationen. Das heißt, ihr habt zwar die eine Richtung, die gibt ein Indiz darüber, aber ihr wisst nicht, was auf der anderen Seite gelaufen ist. Sowas in der Richtung läuft alles auch mit dem Score-Quality-Dashboard und dem einzelnen Parameter, die dann wiederum in Form eines Reports zusammengefasst werden und dann unter bestimmten Aspekten analysiert werden. Das heißt, ihr könnt dort Clients zu Server ganzheitlich betrachten. Ihr könnt dort Endgeräte mit betrachten. Ihr könnt eure eigenen Boards selbst bauen. Da könnt ihr Zeit mit verbringen. Es geht ein Stück weit in Richtung Power BI, wobei Power BI noch ein bisschen mächtiger ist, aber da kommt ihr nicht so leicht an die Daten ran. Leider. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ihr unter bestimmten Aspekten Informationen bekommt, wie die Call-Qualität ist. Und auch da, über so ein Dashboard haben wir, in dem wir Netze eingetragen haben und die Differenzierung gemacht haben, welcher Standort hat welches Netz, ein Report gebaut, mit dem wir sehen konnten, ob ein Troubleshooting erfolgreich war oder nicht. Das heißt, wir konnten dann eben nicht mehr diese User-Ansicht berücksichtigen, sondern haben eine Gesamtansicht für diesen Standort bekommen und konnten dann sehen, ob sich über die Zeit die Qualität gebessert hat oder nicht. In dem Fall war es eine Etablierung von Quality of Service. Also da haben wir erst mit der Zeit gesehen, ob sich das tatsächlich gelohnt hat und ab dem Zeitpunkt, wo der Provider das umgesetzt hat, war es tatsächlich auch erfolgreich. Und ja, User-Adoption, ich weiß, das hört man nicht so gerne, aber auch das könnt ihr mit Hilfe des Admin-Centers machen und ihr könnt dann auch sehen, wie gut oder schlecht das Ganze in eurer Umgebung läuft. Wenn ihr einmal schon da seid und mit dem Admin-Center vertraut seid, ihr habt Erfahrungen damit, ihr wisst, wie ihr troubleshooten könnt, schaut ab und an darauf, wie eure Verwendung dafür ist. Im Rollout kann das genutzt werden. Ihr habt die Office 365 Reports, wo ihr für die einzelnen Produkte über das Admin-Center von Microsoft, also admin.microsoft.com, schon Informationen bekommt. Aber hier habt ihr nochmal ganz spezifisch auch für eure Teams-Umgebung entsprechende Informationen. Auch zum Beispiel eure Apps. Habt ihr vielleicht eine App, die ihr selbst entwickelt habt? Habt ihr die ausgerollt? Habt ihr die freiwillig zur Installation gestellt? Dann könnt ihr hier drüber sehen, wie die Verwendung davon ist. Und darüber dann auch sehen, wo gegebenenfalls Probleme mit aufgetaucht sind. Einfach nur, weil ihr dann eine Kurve seht, die auf einmal hart abbricht oder irgendwelche anderen Späße macht. Ich möchte gleich noch in die Zusammenfassung gehen, aber ich habe einen Punkt nicht als Sites vorbereitet, nämlich das Live-Monitoring. Jetzt schauen wir mal, ob er mich lässt. Ich habe das Admin-Center aufgemacht. Das habe ich gemacht, bevor ich hier in die Session rein bin. Und man sieht, hier gibt es einen aktuellen Call. Das ist der, den ich zwischenzeitlich am Handy gestartet habe. Also da wird nicht viel passieren. Man sieht das nicht in der Form, dass jetzt gerade fünf Leute reingekommen sind. Aber, und das ist das Spannende dabei, der ist wirklich live. Ich sehe live Informationen darüber. Ich sehe gleich, wenn der hier mal anfängt zu laden, tatsächlich, was gerade an Informationen in meinem Netzwerk, in meinem Call gerade passieren. An welcher Stelle ist das sinnvoll? Wir haben bei einem Kunden das erste Mal ein Live-Meeting gestartet. Also das heißt, wir haben eine große Menge einfach gebroadcastet und haben das verteilt in den jeweiligen Standorten. Wir wussten nicht, wie viele Leute gucken sich das von zu Hause an, wie viele Leute gucken sich das irgendwo von einem aufgebauten Station an. Wir hatten keine Ahnung, wie die Leute das grundsätzlich konsumieren, am mobilen Gerät oder sonst irgendwas. Wir wussten nicht einmal, wie gut das Netzwerk das verträgt. Wir wussten nämlich nicht, dadurch, dass wir nicht wussten, wie viele Leute da vor Ort sind, wie viel haben tatsächlich dann die Internetverbindungen der Firma in Verwendung und wie viele nutzen von zu Hause irgendwas. Plus laufen noch andere Downloads, solche Geschichten. Und da hat uns dieses Live-Monitoring tatsächlich geholfen, weil wir sehen konnten, von einem der Speaker, ab welcher Stelle gab es denn irgendwo vielleicht einen Ruckler, laufen wir permanent in Packet-Loss rein und haben dann einen Notfallplan gehabt, dass wir über die Netzwerker ein paar Leute aus der Internetverbindung rausprügeln hätten können. War nicht notwendig, hat gerade so gereicht. Wir haben ein paar Packet-Drops gesehen. Das war auch erkennbar, dass wirklich die Bandbreite ausgeschöpft war von der Umgebung. Und hier sehe ich eben in Live meine, in dem Fall jetzt Roundtrip von 169 Millisekunden Holiday-Nacht-Fehre. Das ist ja viel. Also über den Weg habt ihr die Möglichkeit, auch nochmal live in Calls reinzuschauen, die besonders kritisch sind. Keine Ahnung, Präsentation, Geschäftsführung, CXO ist der Meinung, hey, ich muss mal was vorstellen. Ja, kann man machen. Aber ihr solltet darauf vorbereitet sein, dass ihr auch drauf schauen könnt und eingreifen könnt, wenn etwas sein sollte. Das hilft euch dabei. Also nicht das Handy, sondern der Report. Die obligatorische Zusammenfassung. Als allererste habt ihr vielleicht gemerkt, Troubleshooting ist nicht mal so eben. Und einer hatte vorhin so schön gesagt, dann sprichst du also jetzt den Rest des Tages darüber. Man kann es tatsächlich machen. Wenn du in die Tiefe gehst, du hast unterschiedliche Aspekte, gehst du zu Troubleshooting. Werdet euch darüber bewusst, was es vermutlich sein kann und wie ihr die unterschiedlichen Sachen ansprechen könnt. Verteilt ihr nicht die Informationen an eure Clients? Nehmen die irgendwelche alten Policies? Könnt ihr über den Browser nachprüfen. Vielleicht filtert da irgendein Proxy was raus. Ihr habt die Möglichkeit, dass ihr am Client nachschauen könnt. Ihr habt das Admin Center als Möglichkeit. Ihr habt die Call Quality Dashboards als Möglichkeit. Und in Summe ist nicht ein Tool das Richtige, sondern eben mehrere. Und ihr müsst dann anfangen, das Richtige für euch rauszufinden. Für alle, die jetzt hier im Publikum sitzen, nicht sofort den QR-Code einscannen und die Session bewerten. Wir machen die Tür zu. Wir lassen euch nicht vorher raus. Feedback ist wichtig. Und für euch kann ich leider nicht so einsperren da hinten. Aber bitte, bitte gebt uns Feedback. Gebt uns die Rückmeldung. Wie war das Event? Wir waren die jeweiligen Speaker. Ihr könnt das auch gesammelt machen, aber vergesst es nicht. Also ihr habt den Rest der Leute, die hier noch reinkommen, was zu präsentieren, ihr, die hier sitzt. Gut. Gibt es Fragen? Ja. Die Frage war aus dem Publikum, sagen wir mal jetzt, wie wird der Teams-Cache gelöscht? Ich glaube, es gibt einen Shortcut dafür. Den weiß ich leider nicht. Abmelden und anmelden ist tatsächlich, das löscht den Cache. Nicht Windows Teams. Also Windows neu starten bringt gar nichts an der Stelle oder Mac oder was auch immer. Aber tatsächlich in Teams abmelden und wieder anmelden. Und es kommt gerade noch der Hinweis, es gibt ein PowerShell-Script. Da erinnere ich mich auch dran. Googlen, Bingen, Yahooen, keine Ahnung, was man da macht. Auch, ja, auch nochmal ein Punkt. Gar nicht so verkehrt. Dankeschön, Thomas. Es gibt den Cache im Desktop und im Browser. Ja, auch den kann man noch löschen. Meistens ist Gott sei Dank der Browser nicht so fehleranfällig. Es funktioniert relativ gut. Und da kriege ich gerade so ein oh, dünnes Eisbewegung da hinten. Streich diese Aussage. Bitte nacheditieren. Das einfach bitte kurz rausnehmen. Ich schaue nochmal. Gibt es irgendeine Meldung aus dem Publikum? Thomas, hast du was gesehen? Okay. Also ihr könnt auch off-mute kommen, wenn ihr wollt. Ansonsten. Gut. Herzlichen Dank. Und damit viel Spaß noch in den nächsten Sessions. Ich bedanke mich ganz herzlich. Genießt den restlichen Tag noch. Ciao. Ciao.